Du! Auf Treff! Ja, das helft uns aber unterirdisch recht viel. Deswegen müssen wir Gas geben. Genau, ich kenne mal Sani. Du Soldats. Genau, dann geben wir Gas auf B. Conquistiamo subito l'obiettivo! Äh, jetzt ist es nur... Jetzt ist es nur mutig. Ja, super! Sie sind schon unten. Ja, können wir fast dann. Aber egal. So wie vorher. War mir auf die Kurven schmeißen. Äh, sind gerade aus, passt's. Flammendot sterben. Sechs, fünf, vier. Ah, ja, ne Güte. Ja, ohne den Sporn gar nicht. Warte doch. Ja. Ja. Wo irgendwer der scheiß Luftschiff fliegt. Da bin ich nämlich jetzt gerade gejoint. So, was haben wir denn alles? Heiß. Heiß. Wow! Bist du Sani? Ja. Bist du tot? Ja. Ja. Okay. Du auch. Ja. Mir ist gerade einer mit dem... Ja, nicht entgegen geredet, Alter. Hab gar keine Chance mehr gehabt. Ja, da unten stehen sie wie die Behinderten. Ja. Achso, du bist du. Da ist. Ich bin ein Stürmer. Ich geh jetzt stürmen. Passt. Dann machen wir es so. Ich werde eine Brandgranaten eingeschmeißen. Ah, das ist eine Brand. Ah, nicht lang. Da ist eigentlich ein Panzer. Ich weiß. Ah. So, erste Brandgranaten ist drin. So. Werfer ist auch drin. Es brennt. Geh, schau mal, vier. Oh, der hat ja keine Chance, Alter. Ich deck ihn dir ein. Alter, warum schießen die? Ich bin doch keine 2 Meter weit gekommen da drin. Okay, dann müssen wir es von der anderen Seite probieren. Vielleicht haben sie den noch nie so gut deckt. Alter, probieren sie ja schon einen Haufen Leute von uns. Alter, dann unterstützen wir die halt. Wir haben das Einsatzziel, Albert. Ja, Gewehrgranaten. Ernsthaft. Wow, zu viel. Aber ich glaube, sie sind ziemlich safe da mittlerweile drin. Ist nur noch einer drin. Ah, jetzt ist der Unterbeschuss. Passt. Wir haben Einsatzziel Berta erobert. Und unser Befehl lautet jetzt, den Scheiß zu behalten. So, mich den Scheiß nicht nur mehr verlieren. Er hätte jetzt was zur Versorgung kommen sollen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verlohnt. Wir haben Einsatzziel Cäsar verlohnt. Ja, auf der anderen Seite vom Eingang sicher dich grad. Okay, sag mir irgendwas unklar wird. Tito. Wir haben zu zweit den scheiß Punker gesichert, ah na da steht noch einer, hei. Einer war noch da, aber du weißt nicht was für einer das war. Nen von uns. Aber die haben den Sektor schon lange verlassen, lol. Ja, jetzt gehen wir wieder zwei scheiß Punkte, einmal A und einmal B, das sagen A ist leichter mit dem Punker. Naja, aber jetzt bin ich, B ist schwerer zum Einnehmen. Ja, das stimmt allerdings auch wieder, und immer B. So, Soldaten unterwegs. Ja, B ist schon fast eignommen, lol. Wie haben sie denn das geschafft? Ohhhh. Herzhaft, ich habe unseren Panzer geschützt, für das habe ich mein Leben riskiert. Ja, mei. War schwachsänsidee. War der Panzer steht noch? Ja, ja, trotzdem war es schwachsänsidee. Jetzt einfach den Typen, der auf eine Grenze. Voller Härte. So, ich komme wieder als Versorger. Ich glaube unser Zeppelin ist tot, ja. Nein, nein, er steht noch. Achso, dann auf A, dann auf A gleich umswingen. So. Und Granaten fliegt's. Granaten fliegt hinten noch. Brenner dorns. Was? Irgendwas blockiert hier, meine Fresse. Ah, ja, super, waren Granaten von beiden Seiten. Ich hoffe, du überlebst das. Ich bin im Bunker drin. Wow! Ich schaue nach B. Achso, nein, ich schaue zu dir. Kommt's von oben auch noch, oder wie? Ja, du bist unter Beschuss. Okay, du bist auch unter Beschuss. Ja! Wollen wir alles unter Beschuss sein? Da ist Artillerie. Artillerie ist weg. Wir sind jetzt von oben auch gekommen, aber wir haben auch. Da. Braucht die. Die da. Nein. Ui, ich heil wieder einmal hoch. Macht sie das da. Ah, ja, unser Luftschiff lebt sogar noch. Respektabel. Ich bin beim Tor bereit zum aufsprengen. Ja, ich markier schon mal. Oh, jetzt kommt was von unserem Luftschiff. Warte, warte, willst du? Ja, geh aussehen. Hi. Komm, pass auf. Ich fäng mal die Tür. Achso, okay. Nicht, Alter, wer ist mir da eben eingestanden? Danke. Da drücken wir so ein Sturm, Soldat. Ja, ich bin... Ich hab gerade wieder den Schusspack. Oh! Da kam ein Luftschiff. Alle tot, oder was? Äh, ziemlich viele. Fuck, da drinnen steht einer. Ah, hinter mir! Ja, in der Bunker, da stand auch jemand drin. Ja, ich hab gerade auf den Flammenschütze geschossen. Der kommt da gerade rüber. Spaziert wäre ein Wahnsinniger. Den hab ich gar nicht mitgekriegt. Duuuuung. Spaziert da wie ein Wahnsinniger. Aua, ich hänge Stacheldraht. Lasst die Flieger zu mir kommen! Ah, sitzt du in einem Flack hart. Hu... Ich muss ja aber so weiterreden. Echo, eine Cassetta Medica. Echo. ECHO! 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 Ja, scheiße, sie haben mir ausgeschossen. So was passiert dann meistens. ECHO! Ich hätte ein bisschen Schutz gebraucht, weil die Bomber hätte ich noch weggekriegt. yo yo Leute opreagieren Hey, Brauni, Servus! Wie ist es gerade scheiße, Sir? Jetzt hast du gerade sehr ausgesagt, jetzt war ich schon tot. Ich habe mir den Dynamit rausgebracht, wer ist denn unten im Keller, das ist eine Spassensidee. Oh gut, als Bombe kommt das cool. Aber als Keller kommst du schlecht raus. Meine Güte, ich spreng also meine Tür auf. Tür ist offen. Ja, mir hat eine Bombe erwischt. 3, 9, 8. Die volle Einheiten auf einen Punkt konzentrieren, das ist immer so per wehrs. Macht es ja am meisten Spass, oder? So. Der Bunke ist gesaved. Wo stehst du? Ich bin noch hingestogen. Oh, das ist ja ein Wohnling. Oh, der Spann-Garnaten umbeschmeißen. Wir haben auch. Ja, GG. Das war die erste Mal. Aaaaaah. Das war in ganz Europa zu hören sein. Endlich haben wir die Festung erobert. Stoßen wir nun zu unseren Truppen an der Adria-Küste und holen wir zum entscheidenden Schlag aus. Der Sieg der Italiener in den Bergen trieb einen Keil zwischen die österreichisch-ungarischen Armeen. Und dann kommt die Schrauben an der Anlage. Die Schrauben und die Schrauben an. Und dann kommt die Schrauben an.